Musik Nichts, was nicht brauchbar ist, kann schön sein, lautet eine der Thesen des Architekten Otto Wagner, der zusammen mit Josef Hoffmann, Kulo Moser, Gustav Klimt und Adolf Loos zu Beginn des 20. Jahrhunderts Wien zum kreativen Zentrum Europas gemacht hat. Mit Design, das noch heute Bestand hat. Schön ist auch zu wissen, dass die österreichische Kreativwirtschaft heute mehr denn je geballte Innovationskraft vereint und sich dynamischer als die Gesamtwirtschaft entwickelt. Und das in mehr als nur einem Bereich. Wir bei WhiteShot, wir malen nicht nur schöne Bilder, wir setzen die auch in die Realität um. Der Standort Wien bietet für uns hier zwei große Vorteile. Wir brauchen ein interdisziplinäres Team. Das kriegen wir durch die hervorragenden technischen Universitäten und Kunstuniversitäten als auch aus den nahegelegenen osteuropäischen Ländern. Nur so können wir eine Mannschaft zusammenstellen, die unser einzigartiges Produkt herstellen kann. Wien ist heute wie damals der absolute Hotspot für Kreativschaffende in Österreich. Mit über 60.000 Personen beißt der Wiener Kreativsektor mehr Beschäftigte auf, als die personalintensiven Branchen Tourismus oder Bauwirtschaft. Dafür verantwortlich sind neben dem inspirierenden Ambiente und der Weltoffenheit Wiens auch all jene Plattformen, die Kreativbetriebe mit Know-how, Förderungen und Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene unterstützen. Sproing ist das größte österreichische Games-Unternehmen deshalb so erfolgreich, weil wir komplett international orientiert sind. Wir haben Mitarbeiterinnen aus über 15 Ländern, eine Exportquote von 100% und das Unternehmen sprache Englisch. Die Rahmenbedingungen in Wien sind deshalb für uns gut, weil die Ausbildungssituation sehr positiv ist und weil die Lebensqualität sehr hoch ist. In den letzten Jahren ist vor allem der Start-up-Bereich sehr gefördert worden und jetzt geht es darum, auch größeren Unternehmen wie Sproing Wachstumsperspektiven zu bieten und die Stadt Wien setzt diesbezüglich sehr starke Initiativen. International sind sie tatsächlich. Die Ideen, Projekte und Lösungen, die von Wiener Unternehmen kommen. Wussten Sie, dass Hollywood-Produktionen auf Wiener Designkonzepte vertrauen? Dass viele Videospiele für Sony, Nintendo und Apple in Wien entwickelt wurden? Oder dass die BMW-Welt in München Architekten aus Wien geplant haben? Sie sehen, der Kreativität sind in Wien keine Grenzen gesetzt. Mit Ihren Ideen sind Sie in Wien in bester Gesellschaft. Untertitelung auf Wiener